Die SkiMaster Jacke, wie der Name schon sagt, bringt den unnachahmbaren Parajumper Stil zu den schneebedeckten Berghängen. Entworfen, um den härtesten Wintern zu trotzen, ist sie eine vollständig wasserfeste Jacke, welche qualitativ hochwertigsten Nylondhaft mit Ton in Ton Oxford Stoff an ausgewählten Stellen kombiniert. Besonders an Kragen, Taschen, Kapuze und Ellbogen, was sie noch strapazierfähiger macht und ihr weitere stylische Details verleiht. Die Jacke ist zu 90% mit Daunen und zu 10% mit Federn gefüllt und dies garantiert Wärme und gleichzeitig Leichtigkeit und Komfort. Das Modell SkiMaster hat zahlreiche Taschen, einschließlich einer geräumigen Cargotasche vorn und zwei kleinen Taschen an den Ärmeln. Eine davon ist eigens entworfen, um den Skipass darin zu verstauen. Innen wird die Jacke von einem nützlichen Schneefang und Gamaschen an den Handgelenken komplettiert, um ihren Körper vor Pulverschnitt zu schützen und ihnen noch mehr Spaß beim Skifahren zu bieten. Zwei Wege Reißverschluss vorn und elastische Kragenschließe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017